Cedric zeigt eine ganz neue Seite. Von Victoria's Secret ist das, ne? Kannst du tragen. Muss man anfassen. Rebecca und Tim planen ihre Zukunft. Timi und ich können auch zu Temptation Island. Oh, vielleicht verliehen wir uns dann beide neu. Richtige Einstellung. So was verunsichert mich. Und treffen die glorreichen Sieben den Nagel auf den Kopf? Big Brother gleich in Sat.1. Big Brother.